Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zur Drackensang. Ja, eigentlich waren wir auf dem Weg zum Knife-Spec-Anwesen, um endlich Rache für Ardo zu nehmen. Und wie man sieht, wir haben schon viele Quests mittlerweile abgeschlossen, die wir noch lange offen hatten. Ja, als nächstes schließen wir Rache für Ardo ab. Allerdings kommt uns hier was in die Quere, nämlich Behörden von Trollen in der Taverne. Gehen wir mal rein und gucken, ob da wirklich Trolle drin sind. Mit den beiden Stadtwachen können wir ja nicht reden. Dafür reden wir jetzt mit Trollen. Anyway, ihr müsst mir helfen. Diese nimmersatten Ungetüme verschrecken mir noch die ganze Kundschaft. Was bei den Zwölfen geht denn hier vor? Wie sind die Trolle denn hier reingekommen? Ja, das ist ein Troll. Humba, Dumba und Humba, Hunger und Durst. Also, es sind drei Trolle, die Humba, Dumba und Bumba heißen. Ja, trinken Bier, lecker. Hm, aus Fass. Hm, ja, dann gibt ihnen doch noch was, wenn sie dann abziehen. Die haben mir doch schon ein ganzes Fass helles Pferdocker weggesoffen. Als wäre es Wasser. Haben diese Banausen es runtergekippt? Hm, helles, lecker, mehr helles. Was, noch mehr? Nein, ich rüchte nichts mehr raus. Das erste Fass ist noch nicht mal bezahlt. Wir zahlen was? Humba versteht nicht. Humba Durst und Humba Hunger. Bauch so leer machen Dumba ganz traurig. Ach, jetzt ist es zum Verzweifeln. Wie werde ich diese Burschen bloß los, ohne dass sie mir die letzten Haare vom Kopf fressen? Aber trat dann. Bitte, Brenno, ihr müsst doch irgendwas unternehmen können. Wenn ihr mir helft, diese Bande loszuwerden, zeige ich euch auch zwei Dukaden für eure Mühen. Hm, ja, da stehen drei Trolle. Also sie sind etwas größer und etwas beharrter als Ogre. Und scheinbar auch etwas zivilisierter. Sonst würden sie hier alles kurz und klein schlagen. Die beiden haben uns allerdings nichts zu sagen, nur er hier. Was? Was du wollen von Humba? Entschuldigung, werte Herren. Der Mann, dem dieses Haus gehört, möchte, dass ihr geht. Hm, aber wir können, aber können nicht gehen. Humba noch Durst und Hunger. Äh, und Bumba auch. Wollen Bier, ja, Bier. Hm. Dumba will auch was essen. Ja, ja, leckeres Essen. Dumba will. Gehumba schmarotzt. Ohne Heller gibt es gar nichts mehr. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Äh, also über Reden haben wir Menschenkenntnis oder Falschen. Äh, Tadan, seht ihr nicht, dass diese armen Würschen völlig ausgehungert sind? Dafür, dass sie so schwer satt zu kriegen sind, können sie ja nichts. Nichts, ihre Bäuche sind ja auch um einiges größer. Fasst euch an der Herze und gebt ihnen noch etwas. Menschenkenntnis, das mag alles sein. Bedenkt aber, dass eine komplett neue Einrichtung eures Wirtshauses euch teurer zu stehen kommen wird, als ein paar fässer Pferdocker oder ein zäher Braten. Falschen. Also, Tadan, wenn es euch wirklich nur ums Geld geht, dann beteilige ich mich eben an eurem Verlust. Ihr zahlt euch fünf Tote Karten und ihr gebt diesem Burschen noch etwas. Ist das ein Angebot? Nehmen wir mal Menschenkenntnis. Hm, da ist was dann. Diese Trammeltiere haben mit ihrer Ungeschicklichkeit schon genug Schaden angerichtet. Hier zwei heller Fette, äh, zwei Fässer helles und einen fetten Schweinebraten dazu. Danach ist aber Schluss. Oh, Tadan-Mann geben lecker Bier. Gut, gut. Ui, Schweinbraten. Dumba mag am liebsten. Kleines Mann, großes Freund, Freund. Humba, Dumba, äh, Humba, Bumba und Dumba. Danke sagen für leckere Sachen. Kleines Tadan und andereskleiniges Freunde von Trolle gehen jetzt zurück in den Wald. Sie sind weg, endlich, aber eine große Hilfe wartet diesmal nicht gerade. Zwar sind die Trolle jetzt weg, aber auch die Hälfte meiner Vorräte. Aber was soll's? Hauptsache, es kehrt endlich Ruhe ein. Ich habe euch nur für euch selber beschützt, Tadan. Wer weiß, was die Burschen noch alles ramponiert hätten. Wenn sie hier noch eine Weile herumgestoppert wären, habt ihr schon mal daran gedacht? Ha, was soll das denn wieder bedeuten? Achso, und was ist mit meiner Bezahlung? Ach ja, die Zedokarten, die hätte ich fast vergessen. Ich aber nicht. Abmachung bleibt Abmachung. Abmachung, äh, ja, der Arme. Ach, ihr habt ja recht, hier ist euer Geld. Ja, da hätte er auch selber drauf kommen können, ohne unsere Hilfe zu brauchen. Ja, und die Wachen sind auch weg. So, ab jetzt wird's dann lustig, weil wir marschieren jetzt in das Nice-Back-Kontor. Das heißt, wir bewaffnen uns. Sprich, Freunde. Na klar. Kriegen dann Autosave wenigstens. Halt, was wollt ihr? Ich möchte mit Ulvie in den Nice-Back sprechen. Mein Name ist Benoir. Daraus wird wohl nix. Ihr dürft durch die Angeordneten niemandem Zutritt zu gewähren. Bah, jetzt ziehen auch noch dicke Wolken auf. Seht ihr? Selbst die Götter zu erneut schon, weil ihr mich belästigt. Im Rege wachen stehen. Na, großartig. Musst ihr denn nicht ab, bevor es ungemütlich wird? Ich glaube, ihr habt recht. Es wird tatsächlich ungemütlich werden. Sehr ungemütlich. Endlich geht's den feigen Ratten an den Kragen. Für Ardo. So, ich glaube... Ja. Also, die beiden haben wir schon mal ausgeschaltet. Wir haben jetzt aber wenigstens noch die Möglichkeit, uns zu schützen. Wir müssen nur die paar Sekunden warten, bis ihre Astral-Energie wieder voll ist. So, dann können wir jetzt einen Quick-Safe machen. Und dann gehe ich mal vor. Und da ist Ulvine. Nice weg. Ah, Ulvine, Nice weg. Genau die Person, die ich gesucht habe. Anscheinend habe ich euch unterschätzt, Brennoir. Ein Fehler, der mir gewiss kein zweites Mal unterlaufen wird. Freut euch nur über euren kurzen Anflug von langem nach dem Glück, solange ihr noch lebt. Zuerstelle, verstehe ich eure Überheblichkeit nicht. Andererseits wird es nun ohnehin zusammen mit euren niederen Intrigen ein Ende finden. Haha, ihr solltet besser über eure eigene Überheblichkeit nachdenken, Brennoir, so eine Story. Jandrick, ihr habt überlebt. Jandrick, ihr habt überlebt. Und dieser Schlange, dieser Schlange Ulvine, doch, das wird ihr alles nichts mehr nützen. So, wo steht Jandrick nochmal? Äh, hier sind nämlich Wachen aufgetaucht. Da ist Jandrick. Ich versuch mein Bestes. So, erstmal gucken, dass wir Jandrick loswerden. Läddest du hässlich mal am besten selber. Du trinkst noch einen Einbeersaft. Und du schießt gleich nochmal mit dem... So, du machst Eis. So, jetzt können wir uns mal volle Kanne um Jandrick kümmern. Das werden nämlich immer wieder noch mehr Nice-Pack-Wächter kommen. Äh... So, jetzt kommt gleich das Schlimmste an Jandricks Tod. Er explodiert nämlich. Und wird, glaube ich... Genau, zum Feuergeist. Der nochmal 400 Lebenspunkte hat. Okay, eine neue hilfreiche Taste muss her. Das ist ja okay. So, jetzt wird das Schlimmste an. So, jetzt wird das Schlimmste an. Okay, also... Und der Schlimmste an. So, jetzt wird das Schlimmste an. Ja, der Feuergeist ist halt am gefährlichsten. Ah, du trink mal Sicherheitshaben Einbeersaft. Ich trinke auch lieber nochmal einen. Ah, wo ist der Feuergeist jetzt wieder hin? Komm schon, Thorax. Ja, hier brennen alle. Deswegen muss der Feuergeist dringend weg. Okay, Kledis hat es umgehauen. Äh... Das wird jetzt echt langsam knapp. Der Feuergeist nimmt zum Glück genug Schaden. So. Nächster Einbeersaft. So, du trinkst ein Einbeersaft jetzt. Ganz dringend.